Das ist der neue XT5 von Cadillac. Zusammen mit der Limousine wird dieses Crossover-Modell im September in Europa auf den Markt kommen. Mit diesen beiden Modellen versucht der US-Autobauer auf dem europäischen Markt endlich Fuß zu fassen. Es ist ein neuerlicher Anlauf, ein ernstzunehmender Konkurrenz der deutschen Premium-Marken BMW, Audi und Mercedes zu werden. Im vergangenen Jahr hat Cadillac in Europa gerade einmal rund 600 Fahrzeuge absetzen können. Damit bewegen sich die Amerikaner quasi unter der Wahrnehmungsschwelle. Verständlich ist das nicht, denn die Autos, die Cadillac anzubieten hat, wie der XT5 und der neue CT6, bieten alles, was der Premium-Kunde erwarten kann. Da sind moderne Motoren im Angebot. Der XT5 beispielsweise wird von einem 3,6 Liter Motor angetrieben. Aber auch neueste Technologien sind bei diesem Fahrzeug an Bord und im Angebot. Dazu gehört eine Vielzahl von Fahrassistenzsystemen, wie ein Totwinkelassistent, ein Spurwechselassistent, eine Notbremsfunktion. Also all das, was man von einem modernen Fahrzeug erwarten kann. Und auch die Optik dieses Fahrzeuges, wie zu sehen, ist ansprechend. Hier muss sich niemand abwenden, weil das Design ihm partout nicht gefallen will. Jetzt bleibt es abzuwarten, wie Cadillac sich hier in Europa behaupten wird. Sollte es diesmal wieder nicht klappen mit dem Durchstarten in Europa, kann das auf jeden Fall nicht an den neuen Modellen, wie beispielsweise dem XT5, liegen. Schaut man sich im Innenraum des XT5 an, kann man auch festhalten, dass das alles Premium-Qualität ist. Die Materialien sind gut verarbeitet, sehen gut aus und fühlen sich ebenso wertig an. Der anspruchsvolle Premium-Kunde wird in diesem Fahrzeug nicht enttäuscht. Und auch im Fond findet man ausreichend Platz vor. Hier können durchaus großgewachsene, bequem längere Strecken komfortabel hinter sich bringen. Danke!